Was ist los mit mir? Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal Und ja, heute zu einem kleinen Oh Mann, Freunde, dass ich so glücklich bin, wenn es um FIFA geht, das gibt es gar nicht Ja, heute zu einem kleinen Special Video Ihr seht schon, wie wird es weitergehen auf meinem Kanal mit FIFA 15 Wie werden Videos kommen, was für Videos werden kommen Und allgemein, was wollt ihr sehen, was werde ich produzieren, was will ich sehen von mir selber Und ach, keine Ahnung Ja, ich habe nichts getrunken Ich bin gerade einfach nur gut gelaunt, ich weiß nicht mal warum Vorhin ging es mir scheiße, jetzt geht es mir gut Ich weiß es echt nicht Aber, Fakt ist, wir gucken uns mal ganz kurz erstmal Wir werden jetzt nacheinander durch die Serien gehen, die ich momentan so am Laufen habe Und dann werden wir da was zu sagen Und im Endeffekt ist meine größte Frage an euch Was wollt ihr explizit sehen, auf was habt ihr so richtig Was ist das so, was ihr sagen würdet? Boah Max, Alter Das würde ich jedes Mal richtig kaputt liken und kaputt gucken Und jedes Mal gucken und suchten Und das fände ich richtig geil Gibt es da was? Irgendwelche Ideen, die ihr habt Irgendwelche Serien, die ihr unfassbar gerne von mir sehen würdet Was weiß ich, eine Pack Road to Glory fällt mir spontan jetzt ein Oder irgendwas Hier ist wieder diese Fliege Diese Fliege werdet ihr erst morgen im Karrieremodus erleben Ja, und die ist grauenhaft Egal So, auf jeden Fall, schreibt mir das mal in die Kommentare Das würde mich mal interessieren Ich habe da richtig Bock drauf, eure Ideen einzubringen Und wir haben momentan halt ein paar Serien Aber, naja FIFA macht für mich halt nicht so mega Spaß Und ich will halt durch eventuelle Serien Wie eine Pack Road to Glory beispielsweise Wenn ihr das sehen wollt, haut das in die Kommentare Haut alles, was ihr unbedingt sehen wollt in die Kommentare Egal wie dumm die Idee ist Egal wie aufwendig die Idee ist Mir egal Haut es in die Kommentare Weil mir macht momentan FIFA nicht so wirklich viel Spaß Wie ihr mitbekommen habt Und deswegen suche ich da nach Optionen Wir haben momentan folgende Serien Seven Minutes Quads Die werden auch weitergehen Das ist ganz klar Weil Seven Minutes Quads meine persönliche Lieblingsserie sind Und die kommt auch bei euch am besten an Es ist einfach so Ich habe die bei Jack gefeiert Jetzt mittlerweile nicht mehr so krass Weil ich Jack nicht mehr so feiere Aber trotzdem An sich liebe ich ihn dafür Dass er mir diese Serienidee gebracht hat Ich meine, es ist jetzt im Endeffekt sein Konzept Aber ich habe es auf Deutsch Ich bin der Einzige, der es auf Deutsch macht Beziehungsweise der Einzige Wenn man mal so sucht Bei dem man Videos findet Deswegen, ja Seven Minutes Quads Werden für immer dabei bleiben Dann Pack of the Day Das ist ja nur ein Bonusvideo was täglich Kommt das ist ja nur ein Mini-Video Jedes Mal Dass ich jeden Tag halt ein Pack öffne Was ich jetzt durchziehen will Mal schauen Vielleicht haben wir am Ende ja Einen richtig, richtig krassen Spieler dabei Dann der Weihnachtstalk Ja gut Der Weihnachtstalk ist jetzt halt Ein Weihnachtstalk gewesen Ist klar, das kommt nicht öfter Quaresma Skillshow Die wird jetzt nicht mehr so hochfrequenziell kommen Ich wollte die alle zwei Tage bringen Das wird nicht mehr der Fall sein Auch nach der Umstellung Ja, also das wird jetzt quasi Jeden Sonntag kommen Und ja, nur einmal die Woche dementsprechend Und das bringt auch noch eine andere Änderung mit sich Und zwar Zielers Top Eleven Ist beendet, ist abgebrochen Ich sehe keinen Sinn mehr darin Die Serie weiterzumachen Glaube ich Ich bin mir noch nicht ganz sicher Also wenn ihr jetzt sagt Max macht diese Serie weiter Dann kommt die Samstags Okay, okay Dann kommt die Samstags Ja, ich weiß noch nicht Also dann kommt die halt auch einmal die Woche Aber ich sehe jetzt nicht so den riesigen Sinn darin Weil wir haben halt die Teams eigentlich abgehandelt Und irgendwie ist das Das ist nicht so cool irgendwie Ich mag diese Club-Tour-Sache nicht Das machen FIFA Goals United und so schon selber ganz gut Und das gucke ich mir auch gerne an Und so Und ich glaube, das ist so besser Also wenn ihr nichts krasses dagegen habt Dass die Serie abgebrochen wird Dann wird die auf jeden Fall abgebrochen Und dann kommt Quaresma Skillshow An dessen Stelle An den Sonntag Vor allem weil wir da ein Limit haben Wann die Serie vorbei ist Und weil ich die auch durchziehen möchte Und weil halt auch wirklich interessante Spieler kommen Und ja So Pack-Openings werden immer so zwischendurch kommen Das ist klar Das ist halt auch das Was mir am meisten Spaß macht Und was natürlich auch extrem beliebt ist Was vollkommen wahrscheinlich ist Weil Pack-Openings das Beste sind Was es überhaupt gibt Und ja Da muss ich mal schauen Wie oft ich das jetzt machen werde Ich öffne momentan relativ selten Packs Einfach weil ich keinen Bock auf FIFA habe Aber joa Karrieremodus habe ich ja schon angekündigt Das wird jetzt relativ oft kommen Ich glaube das wird jetzt öfter sogar kommen Weil das macht mir momentan am meisten Spaß Und es werden jetzt auch Das sind Neuerungen Werde ich auch im Karrieremodus selber ansprechen Pro Episode Drei Spiele kommen Das heißt es wird mehr werden Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben Ob ihr das geil findet oder nicht Ja Das ist so Das nächste was ich noch dazu zu sagen habe Wird aber auch alle zwei Tage nur kommen Aber dann halt immer drei Spiele Vielleicht auch mal irgendwie Einmal dazwischen geschoben Dass mal jeden Tag Drei Tage lang ein Video kommt Je nachdem wie ich da Bock drauf habe Subcreativity wird auch noch kommen Und zwar alle zwei Tage jetzt wieder Das ist auch ganz klar Weil Subcreativity Ich mag das einfach Ich mag Squatbilder Squats bauen ist das Was mir am meisten Spaß macht Spiele austesten und so Aber ich will Das ist nochmal eine ganz wichtige Info An alle die die immer Squats einschicken Ich bin dankbar dafür Geile Frage Aber schickt mir kreative Squats Ein mit Spielern Die ich sonst nicht sehe Mit Ja außergewöhnlichen Spielern Außergewöhnliche Teams einfach Auf sowas habe ich Bock Weil ich will das Spiel ausprobieren Die ich nicht tausendmal schon gespielt habe Das ist das Besondere daran Und ja das war es dann eigentlich Schon fast mit den Serien Nein nicht nur fast Das war es mit den Serien Mehr gibt es momentan Auf meinem Kanal De facto nicht Schreibt mir in die Kommentare Wo ihr richtig richtig fett Bock drauf habt Liked andere Kommentare hoch Beziehungsweise schreibt eure Meinungen rein Und liked andere Kommentare auch hoch Macht beides So ne Damit ich weiß Damit ich auch eventuell mal Einen sehe Der richtig richtig beliebt ist Und damit ich weiß Was die breite Masse hier feiert Weil ich will natürlich Alle zufriedenstellen Eine andere Idee Die mir einige noch vorgeschlagen haben Auf Skype Auf Facebook Auf Twitter sogar Teilweise mit Direct Messages Weil ich Irgendwem gefolgt bin Hat mir irgendwer Ne Mit Direct Messages war das nicht Ne Oder War das meine Mitteilung Ich weiß es nicht Auf jeden Fall Wurde mir vorgeschlagen Max mach mal andere Spiele Was weiß ich Mach mehr Advanced War Advanced Ja doch heißt so Advanced Advanced Warfare Mach mal GTA Wo ich Nicht wenig Bock drauf hätte Also GTA wäre eine Sache Wo ich sagen würde Okay komm Könnte man definitiv mal machen Aber ich bin halt ein Noob in GTA Von daher ist das auch ein bisschen sinnlos Ich habe mir überlegt Mir ProEvo zu holen Da könnt ihr mir auch mal In die Kommentare schreiben Wollt ihr das sehen Aber ProEvo ist halt so die Sache Ob die Langzeitmotivation dann da ist Oder ob das einfach nur kurz ist Bei mir Das wäre so ein bisschen kritisch Aber an sich Schreibt mir das auch mal in die Kommentare Und Es gibt 100k Sets Ist das geil Aber es sind noch 12.000 da Nach einer Minute Und ich will mir keine 100k Sets öffnen Naja egal Ähm Jetzt sieht's auf Wenn ich das Video gemacht habe Krass Jetzt sind immer noch 12.000 da Gucken wir mal nach War wahrscheinlich nur 15.000 Und jetzt sind noch 6.000 da What the fuck Alter Schwede Na gut Na gut Ähm Gut Ja Schreibt mir in die Kommentare Eventuell Spielvorschläge Was ich mir holen könnte Schickt mir irgendwas Äh Was ich machen kann Ähm Ich will einfach Spaß haben an den Videos Und ich habe Spaß an den Videos Aber ich will Dass dieser Spaß vermittelt wird Und FIFA macht halt momentan Nicht so viel Spaß Und ja Ihr versteht das hoffentlich Und das war es dann Von diesem kleinen Infovideo 3.000 Sets Oh ey Das waren jetzt mal 30 Sekunden Was denn hier los Egal Gut Ich verabschiede mich Wie gesagt Eure Ideen sind gefragt Und wir sehen uns dann Beim nächsten Mal wieder Ich wünsche euch noch Einen wunderschönen Resttag Viel Spaß bei den Videos Wie heute kommen Und bis dann Haut rein Und ciao Bis dann